Timo fragt, Mirko, wer ist deiner Meinung nach der größte Ethereum-Killer? Spannend, dass man heute auch nicht mehr guckt, wer ist ein Bitcoin-Killer oder wer verändert Bitcoin oder was auch immer. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die beste Kryptowährung, die beste Währung und genau diesen Use Case, den erfüllt Bitcoin am besten. Aber wir gucken auf Smart Contracts und Applikationen. Das ist natürlich wichtig, denn Applikationen schaffen Nutzer. Unser Handy würde nicht funktionieren, wenn es keine Applikationen darauf geben würde. Das gleiche gilt für Blockchains. Dezentrale Applikationen heißt dann der Shit da. Und den wollen wir natürlich auch haben. Und die meisten Entwickler und die meisten Nutzer gibt es auf der Ethereum-Chain. Deswegen guckt jeder natürlich, wir wollen auch diese Nutzer oder wir wollen andere Nutzer noch erreichen, weil wir besser skalieren können, weil wir cooler sind, weil wir irgendwas anderes besser machen. Es gibt verschiedene Chains, die ich interessant finde. Ich persönlich bin ein Fan vom Terraluna-Ökosystem. Ich bin ein Fan vom Avalanche-Ökosystem. Auch Phantom würde ich noch nicht komplett abschreiben, hat aber durch den Wegfall von André Kronje definitiv ein Narrativ verloren für mich. Definitiv ein Narrativ ist auch etwas, was man sich merken muss. Ganz, ganz toll gereimt. Und dann gibt es auf jeden Fall noch die Second-Layer-Solutions. Matic, aber auch Arbitrum. Arbitrum gibt es noch keinen Token, vielleicht kommt noch mal einer, keine Ahnung. Aber das sind auch Lösungsansätze, die das gesamte Ökosystem Blockchains bereichern werden. Denn sie werden weitere Adoptionen schaffen. Adoptionen für Gaming, Skalierung für Gaming. Damit eben auch diese Massen an Nutzer in den Kryptomarkt finden. Und das auf ganz einfache, spielerische Weise, ohne dass sie es vielleicht sogar merken. Denn so schafft man wahre Massenadoption. Was danach passiert, ist ein ganz anderes Spiel. Und ich glaube, eine ganz andere Grundlage dafür, wie der Kryptomarkt sich in Zukunft noch weiterentwickeln kann. Also wer ist der Größte? Es gibt einige und ich glaube, es wird nicht den einen Gewinner geben. Und ich glaube auch nicht, dass Ethereum sich selber killt. Denn ansonsten wäre definitiv Ethereum selbst sein größter Killer.